Donnerstag, 1. November 2018, 15.46 Uhr bis zu 41 Grad Celsius, der Sommer in Japan erreichte in diesem Jahr ein historisches Ausmaß. Zwar hat das Land häufig mit extrem heißen und schwülen Monaten zu kämpfen, doch in diesem Jahr machten die Temperaturen der Bevölkerung besonders zu schaffen. Experten rechnen mit schweren Auswirkungen auf die Athleten bei den Olympischen Sommerspielen 2020, die vom 24. Juli bis zum 9. August in Tokio ausgetragen werden. Beim Marathon, so warnen japanische Ärzte, könnte es Tote geben, wenn die Startzeit nicht auf 5.30 Uhr vorgezogen werde und sich die Temperaturen wiederholen. Ursprünglich war im Programm vorgesehen, dass die Athleten den Lauf um 7.30 Uhr aufnehmen, mittlerweile korrigierten die Veranstalter die Startzeit auf 7 Uhr. Doch die Ärzte halten diese Anpassung für unzureichend. Insbesondere in der entscheidenden Phase des Rennens, gegen 9.30 Uhr, könnten die Temperaturen extreme Höhen erreichen. 2018 starben 96 Menschen infolge eines Hitschlags, wir sind ernsthaft besorgt darüber, sagte Kimiuki Nagashima, ein Mitarbeiter der größten professionellen Vereinigung von lizenzierten Ärzten in Japan. Wenn das Risiko für einen Hitschlag nicht nur für Athleten, sondern auch für Mitarbeiter und Zuschauer hoch ist, wird die Nachfrage nach medizinischer Betreuung immer weiter steigen. Das könnte sich auch auf die Behandlung normaler Patienten auswirken. Allein in diesem Jahr starben in Tokio mindestens 96 Menschen infolge eines Hitschlags. Im Juli starben viermal mehr Menschen wegen der extremen Temperaturen als im selben Monat im Jahr zuvor. Insgesamt wurden mehr als 57.000 Menschen mit Kreislaufproblemen in Krankenhäuser eingeliefert. Wir hätten das offizielle Komitee nicht getroffen, wenn wir das Ganze nicht für extrem ernst halten würden. Wir fürchten ernsthaft, dass es zu Toten kommen könnte, sagte H.O. Osaki, der Präsident der Vereinigung von lizenzierten Ärzten. Der Marathonkurs in Tokio ist relativ flach. Punkt. Kurz vor dem Zieleinlauf im immer noch nicht fertiggestellten Olympiastadion geht es leicht bergauf. Punkt. Kurz vor dem Zieleinlauf im Jahrzehnt. Punkt. Kurz vor dem Zieleinlauf im Jahrzehnt. Punkt. Kurz vor dem Zieleinlauf im Jahrzehnt.